Grüß Gott, mein heutiges Punktgenau habe ich der punktgenauesten Botschaft entliehen, die es überhaupt gibt. Gott wurde Mensch. Gott wird Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. Nicht irgendeine Gefühlsduselei, sondern dass der Schöpfer zu seinem Geschöpf in absoluter Liebe Ja sagt. Und dass er einer von Ihnen wird, dass er einer von uns wird, dass er gewissermaßen uns auf seine Augenhöhe nimmt, indem er auf unsere Augenhöhe herunterkommt. Dass Gott Mensch geworden ist, ist das größte Wunder und das ist absolut punktgenau. Weil in diesem Wunder alles steckt. Die Liebe, die Freiheit, die Erlösung, ja die Fähigkeit für uns, Gutes zu tun, Großes zu tun, sich dem Guten hinzugeben und die Wahrheit zu erkennen mit der Hilfe Gottes. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und das feiern wir an Weihnachten. Und diese punktgenaue Nachricht möchte ich heute senden zum Weihnachtsfest. Und Ihnen allen ein gesegnetes, ein gnadenreiches Weihnachtsfest wünschen und vor allem Gottes reichen Segen für das Jahr 2023. Ich glaube, dass wir alle heute mit sehr vielen Hoffnungen in das neue Jahr gehen und dass wir um Weihnachten herum auch sehr viele Hoffnungen und Sehnsüchte in uns verspüren. In Zeiten der Verwirrung, des Krieges, der Unsicherheit und des Zerfalls. Aber es gibt Grund zur Freude. Gott wird Mensch. Und dieser Gott geht mit uns. Er sagt jedem von uns, jedem Einzelnen, wegen dir bin ich Mensch geworden. Wegen dir habe ich auf dieser Erde als Mensch gelebt. Wegen dir bin ich ans Kreuz gegangen. Und wegen dir bin ich gestorben und auferstanden. Weil ich dich erlösen will. Weil du zu großem und gutem berufen bist. In diesem Sinne wünsche ich allen Freunden unserer Bildungsarbeit, der Akademie für das Leben und des Studiums Gottesberg, gottesreichen Segen. Ich freue mich auf ein gutes Jahr 2023 für jeden von Ihnen. Und weil das so üblich ist, will ich nur darauf hinweisen, aber nur in eckigen Klammern. Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer Arbeit. Da fällt Ihnen sicherlich etwas ein. Wir freuen uns und sind dankbar, dass Sie uns so treu begleitet haben durch die letzten zwölf Monate. Und wir hoffen auf ein gutes Wiedersehen im Januar, denn dann gibt es das nächste Punktgenau. Zwischendurch gibt es dann ein Lohmann-Direkt, ein Gespräch, aber das nächste Punktgenau kommt im Januar. Gottes reichen Segen Ihnen allen, Euch allen, Ihr, Euer Martin Lohmann Lohmann Punktgenau, jede Woche neu auf diesem Kanal. Das kann man liken, also Daumen hoch und weiterleiten. Ich freue mich. Punktgenau. Aktuell und auf den Punkt.